Karra, jetzt mal mit links, ne? Auch so klappt Karra. Pjosek, da ist er! Links will er es nicht versuchen, dann Beinschuss gegen Dick und dann hat er die Ruhe, dann auch rüberzulegen auf Pjosek. Ganz groß von Mehmet Karra, der dann beim anschließenden Torjubel auch von Dominik Schmidt ausführlich umantworten ist.